Bosch, Google, Netflix. Konzerne, von denen jeder bestimmt von euch schon etwas gehört hat. Heute wollen wir uns die Unternehmenskultur der Konzerne genauer anschauen. Was sind Beispiele für Organisationen mit einer starken Unternehmenskultur? Der Weg hin zum digitalen Unternehmen und der agilen Organisation lässt sich nicht auf PowerPoint-Charts vorantreiben. Um erfolgreich zu sein, muss sich die Unternehmenskultur ändern. Doch diese lässt sich nicht einfach verordnen. Bosch, Google und Netflix haben es erfolgreich geschafft, die Mitarbeiter in den Kulturwandelprozess mit einzubeziehen und eine offene Unternehmenskultur aufzubauen. Und damit herzlich willkommen hier bei Berg & Macher. Wir sind Organisationsentwickler und geben euch in unseren Videos Einblick in die Themen agile Organisationsentwicklung und Unternehmenskultur. Mein Name ist Sandra und im heutigen Video werfen wir einen tieferen Blick auf die Unternehmenskultur bei Bosch, Google und Netflix. Lasst uns direkt mit Bosch starten. Bosch war immer einer der konservativsten Konzerne in Deutschland. Konzernchef Volkmar Denner erkannte, dass die steife Kulturprozesse verlangsamte und die Wettbewerbsfähigkeit gefährdete. Seit 2014 wird nun ein Kulturwandel aktiv gestaltet. Der Konzern arbeitet zwar noch sehr exakt, aber wo gefordert, überspringen die Mitarbeiter nun allzu ausufernde Planungsarbeiten. Beim selbstbahnten Google-Auto ist Bosch so einer der ganz zentralen Mitentwickler geworden. Für Tesla, dem ungeduldigen amerikanischen Elektrowagenhersteller, hat sich Bosch im Takt angepasst. In zehn Monaten haben die Schwaben einen Sicherheitsradar entwickelt, was bisher etwa zwei Jahre dauerte. Wichtige Unternehmensthemen werden rechtzeitig und offen kommuniziert. Das schafft die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Googles Unternehmenskultur steht für Start-up-Feeling, Selbstbestimmung und ausgefallene Büroräume. Einen starken Fokus auf Innovation und eine tolerante Fehlerkultur. Der Tech-Gigant aus dem Silicon Valley experimentiert kontinuierlich mit der eigenen Google Culture. Und das mit Erfolg. Das Unternehmen hat die Liste Fortunes Best Companies to Work for sechs Jahre in Folge angeführt. Auf Glassdoor hat das Unternehmen eine Bewertung der Kultur und Werte von 4,6 von 5 Punkten. Googles People's Analytics Team ist zudem Treiber für die Ergründung, was Teams erfolgreich macht und wie psychologische Sicherheit entsteht. Mehr zum Projekt Aristotle erfahrt ihr in unserem Video Agile Organisation, welches jetzt oben eingeblendet ist. Laut Laszlo Bock, dem ehemaligen HR-Chef bei Google, ist die Google Unternehmenskultur geprägt von einer großen Bereitschaft zum Ausprobieren, Nutzerzentrierung, eine Umgebung, in der sich die Angestellten selbst herausfordern, sich neue interessante Dinge einfallen zu lassen. Die Netflix Culture Präsentation zählt zu den populärsten Präsentationen, die je auf SlideShare veröffentlicht wurden. Über 15 Millionen Views und mehr als 100.000 Downloads haben die Folien bis dato gesamt. Die 124 Slides zur Netflix Unternehmenskultur, die Gründer Reed Hastings und Chief Talent Officer Patty McCord entworfen haben, sehen zu den wichtigsten Dokumenten, die das Silicon Valley hervorgebracht hat. Netflix Culture ist sowas wie die Bibel der Unternehmenskultur. Diese verhalf dem einstigen DVD-Versandhändler, zu einem der größten Innovatoren der Broadcasting-Branche zu werden. Für Netflix war klar, dass nur Vertrauen in die Mitarbeiter dazu führen würde, dass diese sich mit vollem Potenzial einbringen. Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein waren hier die obersten Gebote. Unser Experten-Tipp ist daher, an folgenden Stellschrauben zu arbeiten und diese zu hinterfragen. Beim Thema Vision gibt es eine gemeinsame Vorstellung vom Soll-Zustand. Zu Organisation und Struktur. Wie soll die Organisationsstruktur in Zukunft aussehen? Was soll sie ermöglichen? Was soll sie fördern? Bei den Themen Führung und Verantwortung. Was muss sich im Bereich Führung, Verantwortung und Entscheidungsfindung verändern? Und beim Thema Teamarbeit. Wie sollen die Teams in Zukunft zusammenarbeiten? Welche Hindernisse müssen aus dem Weg geräumt werden? Zur Nutzerzentrierung. Wie kann der Mehrwert für den Kunden gesteigert werden? Als Fazit möchten wir euch gerne mitgeben, dass eine starke Unternehmenskultur für die Zukunftsfähigkeit einer Organisation sehr wichtig ist. Sie lässt sich aber nicht von heute auf morgen verändern. Es ist ein langfristiger Prozess, an dem alle Mitarbeiter und Führungskräfte eines Unternehmens beteiligt sind. Was das Eisberg-Modell im Detail ist, erfahrt ihr in dem Video, welches jetzt hier oben rechts verlinkt ist. Schaltet gerne direkt ein. In diesem Sinne, vielen Dank und los geht's. Jetzt seid ihr Macher gefragt. Wir wünschen euch viel Erfolg beim Gestalten eurer Unternehmenskultur. Servus. Drehmenskultur. Vielen Dank.